Das ist Schluss. Ich bin aber nicht so warm. Ich bin voll fremdiger, wo er es gesagt hat, dieses Video schickst du nicht? Ja. Guck mal, da ist eine Kamera. Aber ich hab heute noch mit Jürgen... Äh, nicht so zusammen, ich hab jetzt noch mit Leuten. So, haben wir gerade alleine im Gelben? Weiß ich nicht. Aber Alkohol haben wir jetzt gerade echt gut getan. Hä, ist denn gerade der Junge? Ja. Also, ich schwöre mit dir, der ist so im Alter wie du. Meins? Ja, ich meine. Wie kommst du nach Hause? Ich vermisse dich. Geil. Gibt's mal neue Bilder? Ähm, Junge! Eeeeee. Eeeeee. Was? Guck mal, ich gebündelte, dass du habest. Guck mal, was? Was? Scheiße, nein, was! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ja, nein, 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 nein. Oh, ja, nein, nein, nein. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p, na-n-na. Das kann ich nicht bringen! Junge, was für Bilder bist du? Also, you know, gibt mal neue Bilder! Was für Bilder? Welche Bilder? Von mir? Von ihm? Keine Ahnung! Bilder! Es gibt 5.000 Bilder! Ja, das ist schon mal ein bisschen genauer Schleimungsregelung! Jetzt hör auf, ja! Alles warum? Aber es musste gerade sein! Ich glaube, er wird einfach raus! Wie du da hast! Du kannst nur so da hoffen! Hä, wieso nicht? Aber du hältst dich auch fest! Schau mal, danke! Ich bin nicht mehr! Das ist toll! Wuhuuu! Alles! Die Brüder ist aufgelaufen! Ja, das ist toll! 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 Glaubst du, Herr Dunlern hat noch oft mal? Dann ruf ich noch mal! In Würzburg? Nein, hier! Oder gibt's schon das auch in Würzburg? Bestimmt! Schon, Herr Lern! Glaubst du, der hat noch hoffen, wenn wir zurückkommen? Ja, das ist der jetzt hier in Aschafburg auf jeden Fall nicht! Ja, das weiß ich! Aber der in Würzburg, das glaubst du vielleicht mal aufgeladen? Oh, keine Ahnung! Kannst du vielleicht dann mal ruhen, wenn wir uns schon sind? Ja! Danke! Hui! Ich verstehe keinen Ton! André! Ich verstehe keinen Ton! Oh! Oh! Ich verstehe keinen Ton! Ja, danke, Sasan! Nimmst du das Audio auf? Ich verstehe keinen Ton, dann ist das nicht vor allem! Oh! 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 Was? 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 Oh! Was? Oh! 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 Also, es ist ungefähr ca. so um, was noch ein bisschen nach Hause? Wahrscheinlich so um 2 Uhr, ja. So fast, keine Ahnung, weil ich mein Zug, der dauert eine Stunde. Also nur 00 Uhr irgendwas fährt der. 00 Uhr, 22 Uhr. Ja. Dann kostet es circa eine Stunde, bis zu 1 Uhr, 22 Uhr ungefähr. Dann, äh, müssen Sie mit dem Auto gelaufen werden. Zellers Antigritäen könnten Sie hier runter. Und dann von 60 Uhr auf, bis wir nach Hause sind, ist dann ungefähr eine Stunde. So, je nachdem wie halt der Verkehr ist, wo wir so, you know. Einfach wenn man mit 2 Uhr, 3 Uhr nach ist. Ja. Ich dachte, ich habe nach Hause kommen, um das Händchen zu machen. Kann auch früher sein? Ja, bitte sagen. Warte, das sieht nicht so aus. Das ist wirklich ganz geil, ja. Oh Gott, ist es da bei der Richtung? Ja, ich schau ja. Du bist ja gar nicht so aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh. 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 Hier oben, wo die vier Leute sitzen, okay ich filme hier, ich weiß ja ob ihr es wollt, aber es ist mir wurscht. Ich weiß ja ob ich schon gefilmt oder war im Bild oder dass es wohl ist. Spaß Leute, Alter, nicht. Nicht alle, nicht rein. Geht doch echt bescheuert, ne? Alter, der ist der Wollschuh und dein Glacke. Ich kann nicht mehr, 10 Minuten? Keine Ahnung, wie es dann aussieht. Wenn der jetzt wirklich 10 Minuten gefahren ist, ne Junge, warum? Ich kann nicht mehr, 10 Minuten, das ist heftig. Und vor allem, du bezahlst ja dann echt nur 50 Euro oder so. Ja. Okay, weil du sechs fahren bist 20, wenn du vier willst, zwölf, oder? Ja. Ne, 14. Ja, oder 14, keine Ahnung, ist wurscht. Aber auf jeden Fall ist es schon heftig, ne? Ja. Ja. Vor allem, wenn die dann wirklich so lange fahren, ist es los. Alter, da müssen wir dann noch durchfahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck, der fährt doch noch so lange. Das ist auch voll geil. Wie lang wird es denn so? Okay, jetzt wird mal, dass es dann noch fertig ist, oder? Schade, Leute. Kami ist das andere nicht schlimm. Ja. Ja. Aber ich glaub, wir sind noch nicht fertig. Ey, wenn der jetzt noch mal Vollgas gibt, ne? Ey, wenn der jetzt noch mal Vollgas gibt. Ja, ja, dann bist du noch nicht fertig. Wir sind auf jeden Fall noch nicht fertig. Dann bist du fertig. Ey, wenn der jetzt noch mal Vollgas gibt, ne? Aber das ist ein zu geil, dass Leute wieder so gut sind. Mami. 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 Wir haben es geschafft, wir haben es schon wieder vor Ort in Müller. Komm mal nach oben!